Ja, ich weiß schon, dass es nicht alles scheiße ist. Ich weiß schon, ich weiß, es ist eh nicht alles scheiße. Wissen Sie, ich kann es nicht mehr unterscheiden. Ah, Entschuldigung. Es vibriert. Sie brauchen gar nichts sagen. Ich weiß genau, warum Sie schon wieder anrufen. Weil Sie ihn nicht mehr hochkriegen. Hab ich recht? Nein, Sie brauchen gar nichts. Sie kriegen ihn nicht mehr hoch, ich weiß das, weil Sie verkrampft sind und vergessen haben, über seinen besten Freund behandelt. Was? Ich bin nicht schlüpfrig. Ich rede von dem Computersieckhoffer. Jetzt komm, ich sei jetzt blähert er wieder. Jetzt hör doch auf, die Heulerei, das bringt uns jetzt auch nicht weiter. Wir können nicht immer weinen, wenn es dann schlimm wird. Was auf, jetzt werden wir das mit Gefühl angehen. Jetzt machen wir das mit Gefühl. Okay, pass auf, pass auf. Hast Schuhe auch an? Okay, Schuhe. Gut, pass auf. Dann holst du jetzt aus und haust dir einen Computer voll aufs Gehäuse. Ja, den Computer mit dem Fuß rein. Der macht das wie, der kriegt so. Ehrlich? Ja, so. Bitte? Und ha, das kommt, tut er, tut sich was. Hat er es verstanden? Bitte? Das ist egal. Das ist wurscht. Die DVD-Laufhegekinder bei immer auf. Die sind ein bisschen empfindlich. Die drückt das einfach wieder zur. Nein? Oder nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Aber so. Lass offen und steig auf. Genau, genau. Klär auf alle zwei. Ja, knack, 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 knack. Ihr habt es gehört. Super. Ich hab jetzt ab. Jetzt machen wir folgendes. Jetzt nehmen wir den großen Bürosessel, den Chefsessel, den großen, den großen Sessel. Nehmst jetzt einen Lauf durchs Büro Und jetzt machen wir einen Rambock. Mit Sessel in das Gehäuse. Quer durchs Büro. Okay, in zwei bis drei. Ah, was? Wir sollen steppert schauen, die anderen. Das ist jetzt ja wurscht. Wir machen das jetzt. So. Eins, zwei, drei, zwei, so. Super! Jawohl! Den Schirm! Den Sessel! Den Sessel in den Schirm, meine! Heuer, den sie in die Kostel. So! Na, was? Dann hebst du da mittel durchs Wuchtel. Heuer mit Schirm! So! Genau! So! Und jetzt die Kabeln! Die Kabeln! Reiß raus! Und wickel sie an! Guck mal! Was? Nicht schrauben! Reißen! 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 Die Kabeln raus! Und jetzt wickel sie an mein Hals! Und jetzt wickeln sie so! Wirken! Genau! Und unten in die Eier! So! Und oben! Đem unten! Und unten! Ja, oi! Ja! Ha! 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 Min! Ja! Bravo Nottik!